Wenn wir in Cinema 4D große Flächen bearbeiten wollen oder wie hier diese Landschaft, dann stoßen wir mit den bisher kennengelernten Modellierwerkzeugen vermutlich schnell an die Grenzen. Wir können also hier im Punktmodus einzelne Punkte selektieren und verschieben. Diese Art der Bearbeitung ist allerdings recht umständlich und nicht geeignet zum Modellieren von beispielsweise einer solchen Landschaft. An dieser Stelle bietet uns Cinema 4D ein praktisches Werkzeug und hierbei handelt es sich um den sogenannten Pinsel. Mit dem Pinselwerkzeug können wir jetzt mehrere Punkte gleichzeitig bearbeiten, indem wir hier einfach die Oberfläche anklicken und verschieben und damit hier die Punkte einfach verschieben können. Der Wirkungsbereich ist dabei auf den Radius beschränkt, also um den Kreis, der um unseren Pinsel dargestellt wird. Den Radius können wir wie gewohnt hier in den Attributen des Pinsels einstellen oder auch während des Bearbeitens mit dem Pinsel interaktiv durch Scrollen mit dem Mausrad vergrößern oder verkleinern. Mit dem Pinselwerkzeug werden übrigens die Punkte selber bearbeitet, deshalb leuchtet hier auch immer ein kleiner Punkt beim Mauszeiger auf. Wir können den Pinsel zwar auch im Kanten- oder im Polygon-Modus einsetzen, allerdings wirkt er nicht auf die Polygon- oder Kanten, sondern immer noch nach wie vor auf die einzelnen Punkte. Das bedeutet, wenn wir einmal zu nah dran sind und einen zu kleinen Radius haben, dann können wir hier zwar verformen, es werden aber einzelne Punkte verformt und nicht eben das Polygon an sich. Es ist also egal, in welchem Bearbeitungsmodus wir uns hier befinden. Die Stärke der Verformung können wir über die Stärke in den Attributen einstellen und das verhält sich so, wie Sie das erwarten würden, dass Sie bei einem hohen Stärkewert auch eine starke Verformung erhalten und bei einem niedrigen Stärkewert entsprechend eine sehr leichte Verformung. Mit dem Pinsel haben wir nun noch verschiedene Arbeitsmodi und diese können wir hier unter Modus auswählen. Im Moment befinden wir uns im Modus Schmieren, das bedeutet, dass wir hier die Punkte einfach verschmieren bzw. verschieben können. Ein weiterer praktischer Modus ist zum Beispiel der Oberflächenmodus. Dabei werden die Punkte zur Oberfläche hin angezogen. Wir können also sehr leicht hier über die Oberfläche drüber zeichnen und dabei werden die Punkte nach oben hin verschoben. Wir können also Erhebungen oder Gebirge hiermit zeichnen. Wenn Sie die STRG-Taste hierbei gedrückt halten, erhalten Sie übrigens die Umkehrfunktion. Also anstatt nach oben zur Oberfläche hin werden die Punkte dann nach unten hin verformt. Wenn Sie einmal zu scharfe Kanten in Ihrem Objekt erhalten, wie zum Beispiel hier, dann können Sie mit dem Modus glätten diese Punkte auch wieder glätten. Dabei sollten Sie allerdings darauf achten, dass die Stärke nicht zu hoch eingestellt ist, so dass Sie hier nur schrittweise kleine Glättungsvorgänge durchführen. Wir können auch noch die Form des Pinsels einstellen und diese finden wir hier unter der Abnahme. Im Moment ist der Modus Kuppel eingestellt und das bedeutet, dass unser Pinsel hier kuppelförmig wirkt und wir eben solche natürlichen Erhebungen erhalten. Im Vergleich dazu zum Beispiel der Modus Konstant, hierbei werden die Punkte alle ohne eine Abnahme gleichmäßig beeinflusst und verschoben, wir erhalten also keine kuppelförmige Abnahme an den Rändern, sondern der Pinsel wirkt eben konstant innerhalb des Radius. Wenn wir im Abnahmemodus manuell auswählen, dann können wir die Abnahme auch über die Kurve hier unten selbst beschreiben. Von links nach rechts wird dabei hier die Spitze des Pinsels oder das Zentrum des Pinsels dargestellt und an der rechten Außenseite der Rand, also die Außenkante am Radius. In der Höhe können wir die Intensität aufzeichnen, bei 0 haben wir keine Wirkung mehr und bei 1 die Maximalwirkung, also 100% der Stärke. Wir können hiermit nun auch exotische Formen einstellen, wie zum Beispiel, dass die Abnahme zuerst bei 0 beginnt und in der Mitte ansteigt und damit erhalten wir dann so eine ringartige Form. Das können wir uns hier einmal anschauen und dazu vielleicht in den Modus Oberfläche wechseln. Und hier werden die Punkte jetzt in dieser Ringform nach oben hin verschoben. Eine wichtige Einstellung sollten wir uns noch anschauen und das ist hier die Option Oberfläche. Im Moment ist diese Option aktiviert. Ich stelle zuerst einmal wieder eine kuppelförmige Abnahme und den Schmierenmodus ein. Und im Moment ist diese Oberflächenfunktion aktiviert. Das bedeutet, dass unser Radius hier die Oberfläche absucht und dann nur die zusammenhängende Oberfläche innerhalb dieses Radius verformt. Wenn Sie jetzt die Oberflächenoption deaktivieren und dann besonders unter solchen schrägen Winkeln auf Ihr Modell schauen, dann kann es passieren, dass wir jetzt auch Bereiche verschieben, wie zum Beispiel hier im Vordergrund, die eigentlich gar nicht mehr im Radius drin liegen. Oder auch Bereiche, die hier etwas weiter weg sind und eigentlich über die Oberflächenoption gar nicht mehr im Radius inbegriffen sind. Wenn der Modus Oberfläche also deaktiviert ist, dann können wir hier sehr schnell große Änderungen vornehmen, um zum Beispiel hier ein Flussbett zu modellieren. Mit der aktivierten Oberflächenfunktion hingegen können wir kleinere Details bearbeiten und uns eben auf die Oberfläche als Wirkungsbereich beschränken. Mit dem Pinselwerkzeug haben wir nun also ein Werkzeug, mit dem wir sehr schnell und einfach große Oberflächen verformen können und zum Beispiel Landschaften modellieren können. Aber das ist so wichtig. Wenn man seine Geschichten überkommend hat, kann man erinnern. In einem Schatz setzt einen Weg zum Beispiel auf dasOW-Word nachdem Wenn der Bestand im Sack der Fall ist, dann kann man benötigen. Dann kann man das jetzt auch noch einmal auf das Low-Word nach einem Spiel herumschlagern. Dann können wir Ihnen da wiederholfen. Dann kann ich das immer noch ein bisschen verklemmen.